hallo liebe pokémon schwarz 2 freunde oder so sollte ich sagen freude der randomizer nassau challenges ich hoffe damit meine ich euch denn wie es aussieht machen wir genau das was ihr sehen könnt wir spielen pokémon schwarz 2 der randomizer nassau challenge da sind sie schon das heißt wir können die rechte stammeln nicht so an wir können direkt sehen was wir schönes bekommen werden warum ist der floink er hat das gefühl das wurde nicht gerandomized okay wir haben scheinungs oder birrapla ich denke es ist eine ganz klare entscheidung und da sollte sich allzu viele frage geben die sich uns offenbaren wir werden natürlich scheinungs nehmen ja wir nennen es schienen lux weil es weiblich ist versteht ihr wow fantastischer name danke ich weiß mir ist nichts eingefallen schinox kann teckel teckel ist weg ich bin immer noch kein fan davon dass immer nein das vielleicht macht viel mehr schade als ich kein fan davon dass dem spiel die uhrzeit zu sehen ist zu welcher ich gerade aufnehme ich liebe diesen kleinen animationen und allgemein diese ganzen näher diese pixel animationen es ist ziemlich fantastisch ja das ist was soll ich machen leute der floik ist doch wir können es tatsächlich noch besiegen dass danach noch mal guten schlag einsetzt oh gott das wird knapp ja wir haben vor nein ich habe gewonnen ja bald auf fisch werde ich auf jeden fall kugli hallo kugli willkommen im team kugli ein amoroso bleibt drin mein kleiner tentakliger freund ja 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 oh hey sharon ich habe das Gefühl wir werden uns jetzt diesen kampf miteinander sharon recht auch sein dummes gesicht diesen komischen roten strichen unter den augen und die frisur du machst mich krank sharon krank oh fuck er fängt mit den capoeira an ich weiß nicht was ich fühle mein gesteins pokémon ist nicht optimal gegen einen kampf pokémon kugli kugli sollte relativ angemessen sein mehr schaden als erwartet unangenehm gift stachel weniger schaden als erwartet ebenfalls unangenehm und capoeira macht vergeltung shit sei bitte vergiftet capoeira was oh energiefokus ist nicht gut ist nicht gut wohl volltrefferquote von capoeira und die fucking vergeltung immer zu machen fucking fegel kick willst du mich verarscht gerade aqua knarre tanker ist aus felix tanker ist aus lass dir jetzt nicht gefallen okay dann dann ging das soweit unerwartet schnell meine pokémon waren auf dem gleichen level wenn ich ein bisschen höher okay es hat einfach zwei volltreffer gelandet was kugli und erschienungs gewonnen hat und gegen felix war es sehr effektiv das schwachsinn wir werden nochmal neu anfangen fucking deswegen kann ich capoeira nicht leisten deswegen kann ich es nicht leiden es ist beschissener babe blade es dreht sich kein fan davon ich wittere oh er hat bestimmt er hat bestimmt ein palkier oder ne die alger oder ein ein litonit was übrigens noch ein größeres problem ist denn ich kann nichts hier in das fuck wie ich machen wisst ihr das roten schlag versuchen wir einfach seine verteilung ein bisschen zu senken und dann es ist kein zorn klinge fantastisch die sache bei zorn klinge ist die gute sache ist zorn klinge macht jede runde wo es trifft macht doppelt so viel schaden wie davor oh nein kratzer ah die zorn klinge versuchen wir es auszutanken und hoffen dass die nächste zorn klinge jetzt daneben geht ich hätte sandwirbel machen sollen ok der nächste eingeführte so oder so jetzt meine pokémon one hitten sandwirbel es 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 ist doch schwachsinnig es ist doch bescheuert was soll denn diese zorn klinge die einfach nicht daneben geht hör auf damit ok fuck willst du mich verarschen gerade es ist doch bescheuert Ein Cenebie! Okay. Oh, wenn ich es halt irgendwie schwächen könnte. Aber ich weiß, dass es nur drauf geht. Komm schon. Wollt ihr mich gerade verarschen? Yes! Oh, wundervoll. Also steht es, braucht man den Kindern mit einem guten Beispiel voranzugehen. Oh, Gott. Ich auch. Oh, Gott. Ich glaube, ich bin gerade fast in meine eigene Spucke erstickt. Das ist okay. Das ist okay. Oh, shit. Zwei kleine Mädchen. Was werden wir tun? Okay. Vermutlich hätte ich zuerst Capoeira ausschalten sollen. Oh, und jetzt kommt die Vergeltung. Nein, 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 bitte. Oh, scheiße. Bist du auf Level 9? Wie kannst du überhaupt so viel Schaden machen? Ich hasse Capoeira. Capoeira ist aktuell wirklich auf einem guten Weg, ein zweier neuen Hassbuch zu werden. Ist fuckfiech. Bin kein Fan. Hallo Mama hier, wo bist du denn gerade? Hallo Mutter. Mensch, das ist ja spannend. Das will ich mir durchlesen. Schicke Jacke. Rauf und guck. Ich nenne dich Corkboy. Ottero. Das ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Gegner von allen. Ey Ottero. Du bist gleich tot. Möchtest du Ottero? Ich glaube, niemand mag Ottero sonderlich. So eine Weiterentwicklung sind eigentlich auch gar nicht mal so super. Uncool. Scheiße, du hast mich fast umgebracht. Ey, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Das wäre fast ein Sitz nicht schief gegangen. Oh, sag Gott. Ich bin relaxed so. Nein, bist du nicht. Haha, Scherz beiseite. Ich bin Grafikdesigner. Ah, der Mann. Der Mann, der ist lustiger. Ich mag ihn. Schiffst du eigentlich gut? Sag mal, es geht dich überhaupt nichts an. Flügelschlag, Visaflor. Gott, ich liebe Visaflor immer noch. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, da die ersten drei Starter waren. Also aus der ersten Generation sehen. Sie sind was Besonderes designtechnisch. Auf jeden Fall, Logok ist ziemlich cool. Turtog ist halt vom Gameplay her so langweilig immer. Ich bin der größte Turtog-Fan. Und aus der dritten Generation mag ich eigentlich Gewaltrohr am wenigsten. Und dann mag ich Sumpex am meisten. Aber Logok ist auch ziemlich cool. Aber Sumpex ist cooler. Ich mochte die Folge, in der er gesagt hat, dass Sumpex cool ist. Und Logok auch. Und dass er Sumpex noch cooler findet. Was für ein Commentary. Ich weiß. Ich kann es auch kaum glauben. Sag mal, willst du mir nicht Tafelwasser geben? Er hat mir kein Tafelwasser gegeben. Was für ein Offen. Dummer Mann. Mag ich nicht. Oh shit, ein 2 gegen 2 Kampf. Den knoff ich mir jetzt vor. Ey, du Knö... Wenn sich hier jemand wen vorknöfft, dann bin ich nicht mit dir, okay? Ich bin quasi der Knopfboy, könnte man sagen. Der Jim-Knopfboy. Einer von denen heißt sogar Jim. Und der hat ein fucking Terrakium. Terrakium war... Gestein und Kampf oder so vielleicht? Ja, dann versuchen wir das Beste draus zu machen. Holen wir Bum-Bum wieder rein. Holen wir Bum-Bum wieder rein. Bum-Bum sollte vielleicht ein bisschen was austacken können im Idealfall. Ich bin Bum-Bum. Hallo Bum-Bum. Au. Ja, das war okay. Das war akzeptabler Damage. Yeah, sehr effektiv. Sehr schön. Oh nein. Nein! Nein! Bum-Bum! Ich Idiot! Ich hab doch sogar... Ich hab doch sogar gesagt, das ist vom Typ Kampf und Stein. Wir haben ein Pokémon vom Typ durch Stein und Kampf. Am besten sollte ich meine Normaltypen einwechseln. Das scheint mir ziemlich hilfreich zu sein. Es tut mir leid, Bum-Bum. Bum, mit allerlei Deko-Artikel zu schmücken. Nennt man Deko-Spaß. Probiert schon mal, ja? So brauchst du natürlich eine Deko-Box. Hier, bitteschön. Wir haben eine Deko-Box, Leute. Das ist eine Box mit dem Herz drauf. Damit wir auch, ja, in der Schule ziemlich noch härter verprügelt werden. Nicht, dass da noch irgendwelche Zweifel darin gibt. Sehr was? So gefällt mir Nidolady. Mit Zylinder, Stock und Fliege. Immer weiter so. Yeah! Los, Nidolady! Zeig sie denn! Ich glaube an dich! Wer sein Pokémon konstruieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn du hier bald beim Musical mitmachst. Als Informationen erhältst du... Okay, machen wir mit. Nidolady ist bereit für die Scheiße. Auf die Bühne. Es geht los, Nidolady! Nidolady! Dein Einsatz! Ja! Lass den Stock rotieren! Als würde dein Leben davon abhängen. Als wärst du ein Helikopter! Nidolady, du wirst alle mit deiner Stimme überzeugen. Mit deinen Boofs können die anderen nicht mithalten. Sie sehen aus wie beschissene Clowns! Woo! Nidolady! Woo! Woo! Yeah! Nidolady! Sie hat ein Rad geschlagen! Hey! 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 Jemand hat den Ratte hier auf die Bühne gelassen, wie man scheint! Was ist das? Das ist doch ein Mensch! Woo! Nidolady! Du schaffst das! Okay. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich würde sagen, wir haben den ganz eindeutigen Gewinn an der Situation. Das war ein schönes Musical. Wer weiß, habe ich hier Fanpost und alle. Kommt da... Fanpost! Ja! Nidolady hat viel Fanpost! Was für ein Dekospaß! Ein wirklich schicke Kostümierung von M.O.P. Männlich! Denn Pokémon ging leider etwas... Banausen! Aber mir hat die Aufhörungen gefallen. Bitte stehe ich weiter. Banausen! Die Choreografie war auf den Punkt. Eine echt coole Sache. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich glaube, ihr würdet nicht mal Talent erkennen, wenn es euch ins Gesicht spucken würde. Ihr macht mich krank! Das Pokémon kam ja fast wie ein menschlicher Act darüber. Nein, ganz nicht! Es hat sich hinter einer Maske versteckt. Es ist aus wie eine Ratte! Eine wirklich drollige Kostümierung von Darina. Mit dem Pokémon kam ja schon fast menschlich... Und ich wurde kritisiert! Von meinen Fans! Nein. Nein. Ihr alle. Ihr alle. Ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin fertig mit euch allen. Meine Nidolady ist nicht auf euer verlogenes Geschleib. Sie ist darauf nicht angewiesen. Sie wird den Weg auch alleine gehen. Ohne euch alle. Los, Nidolady, wir gehen. Das ist die Musik. Oh. Oh. Ich würde es besser finden, wenn es vielleicht die Daz-Laz-Laz-Laz-Laz-Laz-Laz-Laz. Ich würde es besser finden, wenn meine Fans vielleicht nicht beschüsste kleine Klugscheißer werden. Die denken, sie könnten wache Kunst erkennen. Aber im Endeffekt nicht die größte Ahnung haben, wovon sie überhaupt reden. Wie geht's dir? Hey, Kindchen, komm mal mit meinem Training mit meinem Pokémon. Nämlich nicht Kindchen, ich bin groß und erwachsen. Leck mich. Wer ist denn der kleine Lümmel? Was machst du hier? Kuckoo. Ich nehme das sofort zurück. Ähm. Vm fliegen. Wir haben sie immer noch nicht beigebracht. Ich glaube, ich möchte Wirbelwind verlernen. Pack mir Wirbelwind weg. Na, komm, bitte. Es wird der Peg auch nützlich sein. Sehr gut, sehr gut. Hey, ich wollte dich persönlich beleidigen, okay? Frisst Psystrahl. Ich meine, ich weiß, dass Käfer sehr effektiv auf Psycho ist, aber es ist ein Ladybar. Seht ihr? Ladybar kann nichts machen. Wobei es wahrscheinlich eventuell sogar Käferbiss könnte. Ah, ich glaube, es wird nichts machen. Das ist einfach zu scheiße. Oh nein, Silberhauch. Der macht bestimmt. Okay. Okay. Ich sehe, ich sehe dein Argumentspiel. Ist okay. Ist okay. Ich habe es herausgefordert. Ich meine, jemand ist gestorben. Macht mir keine Vorwürfe. Alles ist gut ausgegangen. Ich hätte fast ein Pokémon gegen Ladybar verloren. Das wäre eine Sache. Die hätte ich meine Eltern erst mal erklären müssen irgendwie. Werde nicht begeistert gewesen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Nichts Arena. Weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, aber wir werden sehen, was passiert. Oh Gott, es ist schön ein Tesla. Tesla wirklich. Das könnte eine sehr, sehr interessante Arena werden. Aber Dauran ist aktuell ziemlich gut dabei, absolut nichts zu machen. Du Haufen Scheiße. Aber ihr habt gesehen, wie viel Schade es austeilt. Dieser fucking Slam hat mich fast gekillt. Das war einfach nur Slam. Und natürlich sind die alle vollentwickelt. Warum sollte auch jemand von euch nicht vollentwickelt sein? Okay, wen seid ihr am besten? Sally. Sally, Sally, Sally. Drachen Arena. Wer weiter mag, dass das eine gute Idee ist? Ich nicht. Okay, es sollten am wenigsten ein paar Erfahrungspunkte sein, soweit. Okay. Antikkraft. Okay. Das ist ein ziemlich dümmlicher Move in deiner Position, aber ich beschwere mich nicht. Denn wir haben so eben einen Sekrom erlegt. Sehr schön. Also, Sekrom ist also unser Gegner. Okay. Egal Samen. Oh Gott. Friskonfusion. Und damit haben wir zwei Sekrom besiegt. Die Show steuert aufs große Finale zu. Okay. Ich hoffe, ich bin bereit fürs große Finale. Was denn sonst? Siehst du, wir müssen das verwirren. Ja, das ist kein Eisstrahl. Das ist ein ziemlich starker Eisstrahl, mein Freund. Das ist ein ziemlich, ziemlich starker Eisstrahl. Los, Sally. Wir müssen Egelsamen aussetzen, ansonsten wird die ganze Scheiße ja nichts. Oh, natürlich der Eisstrahl. Okay, Sally hat überlebt. Problem ist nur, Kyurem wird jetzt nichts anderes einsetzen, als den Eisstrahl. Und der Eisstrahl wird, glaube ich, abgesehen von Sally, alle meine Pokémon töten. Wir werden das Ganze weiter austanken. Wir werden das Ganze weiter austanken. Ja, da ist der Eisstrahl. Wie viel Schaden macht der denn? 72. Den hätte ich sogar überlebt, aber... Besser so, wie es war. Okay. Konfusion! So, die Problematik ist, ich habe nur begrenzt viele Heilungsitems. Das heißt, sie werden mir auch irgendwann im Laufe der Zeit ausgehen. Okay, jetzt sind wir in der Position, wo... Ähm, in der Situation, wo Kyurem uns nicht killen kann. Eisstrahl. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht knapp wird, okay? Das macht Antikraft, sehr schön. Antikraft macht nicht viel Schaden. Und Egel sammeln. Stift genug raus, damit wir... ...eventuell den Eisstrahl überleben können. Eventuell aber auch nicht. Lass mich einfach eine Citro-Beere essen. Okay. Da ist der Eisstrahl. Naja. Es tut mir leid, Sally. Lass mich eine Citro-Beere einsetzen. Ich würde trotzdem ganz gerne sehen, dass... Kyurem vielleicht noch einmal von Egel sammeln geschwächt wird, bevor ich den Ziehstrahl mache. Antikkraft. Das ist ziemlich optimal, tatsächlich, mein Guter. Nochmal. Ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nicht noch ein Pokémon verlieren. Ich hoffe einfach mal, dass wir schneidert sind als Kyurem. Drachengut. Die ist gegen Drachengut, habe ich mir sagen lassen. Okay. Los geht's, Ferdi! Nein. Nein, 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 nein. Warum ist es schneller? Ferdi! Ferdi! Du hast einen Kyurem erlegt. Oh, mein Gott! Ampera. Wir haben Ampera besiegt. Okay. Okay. Oh, shit, das ist Philippe! Ich meine, Philippe! Birde! Weiblich! Weißt du was? Du bist nicht Birde. Du bist neues Pop und du bist Birde. Weil er weiß ein Vogel ist, versteht ihr? Crazy! Birde. Guter Name. Reden wir nie wieder darüber. Du bist mit dem Pokémon einverstanden, selbstverständlich, mein guter. Ah ja, das ist ja ein Eis-Pokémon. Fuck. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich war so unaufmerksam. So, warte mal. Ich möchte, es gibt noch eine Sache, die wir unbedingt nachschauen müssen. Und zwar... War das? Nee, das ist nicht. Das ist nicht der Teil, in dem man die Orden polieren konnte, oder? Nein, kein Lied auf ihnen spielen. Spiel mir Take On Me. Danke, danke. Das ist ein gutes Lied. Ich weiß. Wie ist denn eine Tafel? Gönne dir eine frische Tafel, mein guter. Was haben wir sonst noch eigentlich, was wir in dem Buchmond geben könnten? Wisst ihr was? Schnelli! Schnelli bekommt das Wahlband. Damit Schnelli setzt sich in der Regel sowieso immer nur den einen Angriff ein. Welcher speziell ist, wenn ich gerade drüber nachdenke, oder? Warte mal. Ist das ein spezieller Angriff? Ja. Dann möchte ich das ganz gerne wiederhaben. Dann geben wir unserem guten Zuruhr das einfach mal. Nicht die Zoom-Linse. Oh, das tut mir leid. Das ist Moggis Item-Kunde. Meine Lieblingsfolge, weil die in der MOP 5 Minuten Items sind und hergeswischt hat. Das war ziemlich gut. Frostedie? Was? Warte mal. Es heißt Frostedie? Warte mal. Pokewicki! Ich brauche dich! Frostedie? Tatsächlich? Was? Wo kommt das zweite D her? Ich meine, manche Eide würden sicher dieses Pokémon in Kombination mit einem D bringen, aber ich gehöre nicht dazu. Das ist der falsche Ruf. Ich wüsste, wie man es ausspricht. Wo war das denn? Wo kann ich denn den Namen anhören? Ist das Feature weg? Pokewicki macht mich nicht schwach. Ich will... Ich finde es nicht. Nein, sagt mir nicht, das ist weg. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war. Okay. Mein guter, der vorhin schon angemerkt hat, dass deine Lieblingsfolge die war, als ich unzählige Minuten in den Menüs verbracht habe und ein Tipps hergeschoben habe. Eine gute Neuigkeit für dich. Das war noch nicht das Highlight dieser Folge. Mein persönliches Highlight von dieser Folge allein war die eine Stelle, in der ich Pokewicki nach dem Ruf von... Beziehungsweise nachgesucht habe, wie man die Frustedie aussprechen soll und es nicht gefunden habe. Mensch. Das war ziemlich gut. Nein, Bell! Ich möchte nicht mit dir reden. Na, wir können hier einen Pokémon fangen. Oh mein Gott! Yes! Runter B. Runter B. Ich habe gesagt, runter B drückt... Habt ihr es gesehen? Oh, mit dir würde ich gerne Bäume fangen gehen. Oh Mann, er hat... Er hat eine Peitsche mit dem Bokeball dran. Fuck, Knackleon sieht bescheuert aus. Knackleon, du siehst absurd... Oh, mit deinem Kopf... Oh, das sieht komisch aus. Knackleon sieht komisch aus. Ich weiß, was ich davon halten soll. Fiete! Naja, und auf dem Weg her bin ich dem Dothi begegnet, welches ich besiegt habe. Okay. Was war denn das? Er war entsetzlich. Es wurde einfach gewonnen, mit dem Volltreffer von dem Knackleon. Oh, dafür zu vorbereitet sein soll ein Knackleon. Das macht Knack, wenn man mit dem Fuß auf seinen Rücken tritt. Weil es schon tot ist. Ich trampe auf ein Knackleon und dann ist es tot ist... Kleopada ist immer noch das Pokémon, das mich am meisten irritiert. Kleopada ist vom Typ Unlicht. Und ich bin mir immer so sicher, dass es eigentlich vom Typ Elektro sein sollte. Es ist die gelbe Farbgebung, die für mich nach Elektrizität schreit. Aber das Lila schreit doch geradezu nach Unlicht. Nein, Lila schreit eher nach Gift. Aber das Gelbe. Es sieht für mich immer aus, als wäre es ein Elektropokémon irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr irritierend. Aber da ich weiß, dass es kein Elektro-Typ ist, können wir ganz gesperrt mit Alibert weiterkämpfen. Das ist, denke ich, du Haufen Scheiße. Sorry, 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 du, mich auch. Ist das gerandomized? Ist das gerandomized? Ähm, ja. Okay. Man, das gute Wege mag, werde ich nicht mitnehmen. Äh, diese drei, dieses Trio von diesen komischen Affen-Pokémon sind, glaube ich, die schrecklichsten Pokémon aus der ganzen Hüftigen Nation, wenn ihr mich fragt. Ist einfach, ist einfach scheiße. Ferdi ist übrigens ein unerwartet gutes Pokémon geworden, dass er einen Kettenhund als Schweifert. Bla, bla, bla. Ja, Kettenhund ist okay. Wir verstehen schon. Wir verstehen schon. Wir machen ja keine Vorwürfe, aber halte bitte den Mund. Bla, bla, bla. Ja. Das war eine aufregende Unterhaltung. Oh, da ist die Krankenschwester. Das bedeutet, irgendwo daneben ist vielleicht auch jemand, der uns tatsächlich helfen kann. Na, Arzt oder so. Das ist ziemlich gemeint, irgendwie bei Krankenschwestern. Das ist extrem gemeint. Sie müssen sich tatsächlich sehr viel machen und können. Wie auch immer, nicht in der Pokémon-Welt. Nicht in der Pokémon-Welt, habe ich gerade beschlossen. Das ist jetzt Canon. Und falls jemand, ich würde gerade sagen, falls jemand mir sagen will, dass es nicht gerne ist, der soll mir das Gegenteil beweisen. Aber wahrscheinlich gibt es dafür Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, mindestens irgendwo im Anime oder so, gibt es irgendeine Szene mit irgendeinem Arzt oder so. Und eine Krankenschwester, der dann sagt, oh, aber Schwester Joy, du und deine 20 Schwestern, ihr seid viel besser als ich. Und sie dann so, oh ja, habe ich recht, Schanera. Und Schanera so, Schanera. Ich bin mit dem Anime sehr vertraut. Hm, Dunkelklaue. Dunkelklaue ist ja sehr effektiv. Ich habe dir die scheiße gesehen. Fuck, Pferdi, bist du außer Kontrolle. Bist du ein gutes Pferd? Mit dir würde ich gerne mal in die Prillerie hinausreiten, mein Pferdi. Und dort machen wir dann Dinge, die Pferdebesitzer unserem Pferd machen. Karotten essen und über die neueste Sattelmode reden. Hm, der neue Wildledersattelpferdi, hast du den gesehen? Wahnsinn. Er ist so wild. Besteht natürlich aus feinstem Miltankleder, machen wir uns an der Stelle nichts vor. Aber man sagt ja immer, dass Miltank eine ziemlich dicke Haut hat. Und das entspricht tatsächlich auch der Wahrheit. Dementsprechend kann man da ein paar Dinge draus machen. Aus der Haut von Miltank. Aber das ist eine Sache, welche, ich will nicht sagen, unbekannt ist. Aber man redet ja weniger darüber, weil es ja wieder diese Pokémon-Schütze gibt, die sagen, oh nein, kannst du nicht einfach eine Handtasche aus einem Pokémon machen? Ich mache auch keine Handtasche draus, aber eine Couch und Schuhe. Weil was man sonst auch alles draus macht, versteht ihr? Aber das ist okay. Miltank haben wir es eh nicht anders verdient. Daher habt ihr mal gesehen, wie arrogant sie sind. Das macht mich krank. Und falls ihr euch wundert, Ferdi, ist keine Giraffe. So etwas will ich gar nicht erst hören. Ey, ich muss mir sowas von euch nicht anhören. Das heißt, es ist nicht nötig, Ferdi. Du bist ein Pferd, wenn du es willst, okay? Oh, da drüben könnten wir Dianusberg, wohl eher Anusberg. Weil er... Oh mein Gott! Yes! Rotobuff! Ey, ich liebe die Weiterentwicklung davon, okay? Können wir darüber reden? Dankeschön. Ey, ich will ein Stalobor. Gib mir ein Stalobor. 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 Ich sollte dich paralysieren, bevor ich versuche, dich zu fangen. Stalobor. Au. Nicht der Schlitzer. Oh, ich wollte es so sehr. Ich wollte es zu sehr. Oh, ich habe den Beulter im Koppel vergessen. Oh nein. Stalobor wäre so gut gewesen. Stalobor wäre so gut für uns gewesen. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe von meinem Vornamen Stefan eine sehr, sehr dumme Schreibweise mit einem einzigen F. Was grammatikalisch nicht allzu viel Sinn ergibt. Was eigentlich Stefan ausgesprochen werden müsste. Aber das ist okay. Ich habe meine Mutter mal gefragt, warum sie die Dummbadsart und Weises zu schreiben genommen haben. Da hat meine Mutter gesagt, oh, ich dachte, dann wäre es leichter für dich, dir zu schreiben. Ihr seht. Die Maßstäbe für meine Leistung in meinem Leben waren schon immer sehr, sehr hoch gesetzt. Wer wollte dich nicht damit überfordert, ein PH schreiben zu müssen? Das klingt ja crazy. Machen wir lieber ein F. Den bekommst du hin, du kleiner Dummbads. Und ich habe es hinbekommen, okay? Oh shit, ein Kyogre. Es regnet. Aber Kyogre. Ich habe den perfekten Gegner für dich. Sein Name, äh, ihr Name ist Pasta. Es kann Eis strahlen. Oh Gott. Mein Hals. Wasserring, okay. Es hat einfach fucking Pasta gewonnen, Hittet. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist ein Kyogre. Das ist fuckfiech. Jetzt sollten wir es aber ziemlich down bekommen. Es sind immer noch... Oh nein. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Wie zum Fick kannst du so viel Schaden machen? Ich mache mal einen Metall-Sound auf Kyogre. Ich habe das Gefühl, die Verteilung von ihr zu senken. Sollte nicht verkehrtes Entscheidung sein. Natürlich ist es nicht paralysiert. Oh je, oh nein. Nein! Nein! Ferdi? Wie wäre es, wenn du da die großen Schwestern rechnen würdest? Zeig uns, dass du... Oh fucking Kyogre. Zeig uns, dass du das stärkste Pokémon von allen bist. Zeig ihnen, wie stark ein Pferd sein kann. Oh mein Gott, der andere fliegt daneben. Bring es um, bring es um, bring es um, bring es um. Es wird überleben, oder? Jetzt noch. Nein! Ferti! Ich hat's im Wasser Pokémon! Trumpa bringt es zu Ende. Drachenklaue er. Gute Neuigkeiten. Wir haben eine Persienbeere bekommen. Ich würde sagen, damit sollte sich alles jetzt zum Guten gewendet haben. Hallo, liebe Pokémon Schwarz 2 Freunde und willkommen zu uns, wenn wir erstmal etwas anderes machen. Ein paar Dinge kaufen gehen. Nämlich zum einen Hyperbälle, weil wir Hyperbälle brauchen. Ich habe so gut wie keine Bälle mehr. Hä. Ich verstehe, das war ein Fußball-Joke. Laubklinge! Tut mir leid, Weidi war sehr, sehr enthusiastisch von seiner Stimme her. Was viele nicht wissen, Weidi ist tatsächlich entgegen seines Aussehens und seines Namens. Was viele nicht wissen, Weidi ist tatsächlich 13 Jahre alt. Und steckt auch ein Stück weit in der Pubertät und auch im Stimmbruch. Das stimmt nicht! Das ist okay, Weidi. Wir machen dir keine Vorwürfe. Ich wollte es nochmal direkt anmerken. Oh shit, 3 gegen 3 Kampf. Das sind die Pflanzen, Boys! Oh nein, der Holzhammer. Oh! Stoney hat Robustheit! Stoney! Du bist unser Man! Rechel dich, Stoney! Oh shit! Nein! Es war so eine dumme Entscheidung, Stoney drin zu lassen. Es war so eine fürchterlich, schrecklich dumme Entscheidung. Hey Kinder! Wollt ihr einen Witz hören? Wie nennt man einen Vogel im Elektrozaun? Zapdos! Ah, Birdie! Klassiker! Alter Klassiker! Lustiges Pokémon! Fahren wir unseren Pokémon! Fahren wir unseren Pokémon! Pokémon! Und es wird ein... Oh, das wird ein Praktibike! Natürlich ist es weit weg! Auf Level 36! Praktibike ist fantastisch! Das ist fantastisch! Ich will Praktibike! Den nehmen wir mit! Ist ja was? Ist okay! Auch wenn das das einzige Pokémon ist, das wird so weit fangen. Ich kann damit leben! Praktibike ist... Du Haufen Scheiße! Okay. Und wir bekommen ein... Oh mein Gott! Ein Stahlos! Oh, das ist cool! Das ist meine erste Reaktion auf Stahlos. Wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Komm schon! Es bleibt nicht drin. Versuchen wir den letzten Hyper-Ball. Dann habe ich 25 Stück geworfen. Da habe ich keine Lust mehr. Nachwerfe ich... Shit, was machen wir danach? Welchen Meister-Ball dafür verwenden? Ich habe es getan! Ich habe es getan! Und ich bereue es nicht! Ich habe Stahlos mit Meister-Ball gefangen! Stahlos! Du bist ab jetzt... Du bist ab jetzt unsere neue Hoffnung, okay? Du bist unser Man! Birdie! Hast du noch einen Witz für uns? Birdie, dir muss ein Witz einfallen! Oh nein! Ähm... Weißt du, brauchst du noch einen Moment? Okay... Ähm... Warte, Birdie! Das wird bestimmt... Das wird ein fantastischer Witz! Ähm... Okay... Äh... Ich möchte das umtauschen, bitte! Wie bitte? Das ist der Kontoauszug! Umtauschen, habe ich gesagt! Ah, Birdie! Ah, Birdie! Birdie ist ein Scherz-Keks! Man kann es nicht einfach sagen! Birdie bringt immer Leben ins Haus! Hey Kinder! Wollt ihr einen Witz hören? Ja, Tante Birdie! Ich würde sehr gerne einen Witz hören! Kommt eine Frau zum Arzt und sagt... Herr Doktor! Herr Doktor! Ich habe einen Knoten in der Brust! Sagt der Arzt! Ja, wer macht denn sowas? Na, Birdie! Klassiker! Guter Witz! Meint ihr nichts? Lass dir nichts einreden, Birdie! Das war fantastisch! Was haben wir denn hier Schönes? Ich meine, wir können was fangen! Hey, gute Neuigkeiten, Leute! Wir haben Mantirps! Hm... Nein, Mantirps! Mensch! Komm schon! Leute! Gute Neuigkeiten! Wir haben Mantirps! Oh, Mann! Da freue ich mich ja! Auf dem Cover von... Keine Ahnung! Irgendeine... Kurokuro oder so scheiße! Irgendeine Zeitschrift aus Japan! Äh, war folgendes Pokémon zu sehen! Das da! Man könnte natürlich sagen... Oh, hey! Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit... Galapafloss! Galapafloss müsste der Name gewesen sein! Ich meine, es ist relativ ähnlich! Schildkritten Pokémon! Schau euch das Original an! So, ihr seht das aus der 50er-Kreation aus, das wir bekommen haben! Und aus der Links ist die Version, die bei den Artworks von der 2. Generation dabei war! Ich meine... Wir sind nicht komplett ähnlich, aber sie haben doch relativ viel Ähnlichkeit, wie ich finde! Ja, und äh, soviel dazu! Das ist mir gerade eingefallen! Ich war jetzt ziemlich aufregend! Deswegen dachte ich mir, ich muss diese Information mit euch teilen! Cool! Und nein, ich musste nicht jetzt ungefähr 5 oder 10 Minuten lang googeln, um dann... Um das ganze Zeug zu finden! Das ging alles sehr, sehr spontan! Lass euch nichts anderes erzählen, okay? Unglaublich spontan! Hm... Machtgewicht! Das macht... Gewicht! Könnte man schon fast sagen! Hey, Kinder! Pass auf! Zwei Elefanten sind zum ersten Mal der nackten Mann! Sagt der eine Elefant zum anderen! Wie kriegt ihr eigentlich das Essen in den Mund? Sag mal, Birdie, was ist das immer? Erhör auf den Kindern solche schmutzigen Witze zu erzählen, Birdie! Hier sind Kinder anwesend! Ah, okay! Doktor! Äh, der Doktor sagt... Dixal ist nicht gut für die Gesundheit! Sie sind zu dick! Daraufhin der Mann... Ich glaube, ich hole mir lieber eine zweite Meinung! Der Doktor... Sie sind auch hässlich! Ja! Herr Doktor, ich kriege meine Fahre nicht mehr zurück! Darauf, der Doktor... Den gibt man auch nicht her! Ah, Birdie, hör bitte auf! Au! Boah, der Haufen Scheiß hat Volltreffer gelandet! Der gefällt mir kein bisschen! Hoffen wir mal, dass der Steinhage ein bisschen was rettet! Ah, shit! Oh Gott, okay! Ähm... Au! Hör doch auf! Also, ich würde sagen, wir machen nochmal einen Steinhage! Und du... Mach eine... Oh Gott, ich hoffe, ich kann Birdie jetzt überhaupt heilen! Ach, der Birdie gerade in der Luft ist! Hey, Birdie! Fang die... Fang die Dose! Ah, küsst dich! Geil geschehen! Oh Gott, hört doch auf! Wir haben Birdie verloren, wie es aussieht! Oh Gott! Vor allem nachdenken, wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, was sage ich hier, ob da wartet... Tücher wird wie die sterben, das sind alles Flug-Pokémon! Weiß nicht ganz, was ich mir dabei gedacht habe! Oh! Möchtest du mal von meinem Kot naschen? Kobadium? Oh! Na gut, Koh! Oh Gott, nein! Level 45, Heatran! Oh mein Gott! Der Superball! Der Superball ist unser Man! Der hat ne... Der hat den Lavadom gefangen! Hey, Birdie! Wollt ihr einen Witz hören? Ja, Birdie! Ich würde gerne einen Witz hören! Okay! Zwei erkältete Nasen treffen sich an der Bar! Sagt die eine zur anderen! Wie läuft's? Hä? 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 Hm, ich weiß nicht... Meine Frau hat mich beschuldigt, ein Transvestit zu sein! Also habe ich ihre Sache gepackt und bin gegangen! Hä? Besteht ihr? Meine Frau in Kleidung trägt... Birdie, hör bitte auf! Hör bitte einfach auf! Es ist... Ah! Ah! Geht weh, liebe älter als 18-Jährigen heute! Um das mal kurz in den Raum zu werfen! Ich habe das per Briefwahl gemacht! Ich bin bereits fertig damit! Wie auch immer! Damit wer meinen Bildungsauftrag so weit erfüllt! Mein Lieblingsvideo war das, dass ich von MOP erfahren habe, dass es sowas wie Wahlen gibt! Crazy! Ja! Crazy! Oh Gott, da ist es! Du Haufen Scheiße! Meistergriff! Wie hoch ist die Verteilung von Stalu? Ja, ich würde sagen, das war so etwas ziemlich solider! Dann machen Kreideschrei! Ich sehe gerade, Stalu kann keine Angriffe, welche halbwegs effektiv gegen Meistergriff sind! Das ist nicht so hilfreich! Kann es halt wirklich nicht! Steinhagel! Oh Gott, das setzt Prott sein! Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitbekommen habt, aber es ergibt sich gerade, dass Meistergriff tatsächlich... Ja, das ist fürchterlich! Gerade extrem gefährlich wird! Es hat seinen Angriff um zwei Stufen gesteigert! Wir gehen auf Trumper! Trumper, Lumper, Trumper! Nein! Oh fuck! Oh nein! Was ist gerade passiert? Bevor er mich jetzt kritisiert... Ich wusste nicht, dass er Wuchtschlag einsetzt und damit treffen würde! Das ist ein lächerlich starker Angriff! Das Problem ist, alle anderen Pokémon, die ich einwechsel, werden dann nächste Runde draufgegangen! Schnelli! Wir brauchen einen Volltreffer! Wir brauchen ihn dringender als jemals zuvor! Komm schon! Komm schon! Schnelli! Ich kann ja tatsächlich einen Pokémon fangen! Was hat mir denn hier Schönes? Gute Neuigkeiten! Wir haben die Chance, einen Blutzuck zu fangen! Wahnsinn! Wolltet ihr schon immer einen Blutzuck? Wir alle wollten schon immer einen Blutzuck! Ich will nicht sagen, dass es eines der besten Pokémon aller Zeiten ist, aber... ...ein Blutzuck! Hmm... Oh, gute Neuigkeiten, Leute! Noch ein Blutzuck! Das heißt, wenn wir es gerade eben nicht schon gefangen hätten, wir jetzt auf jeden Fall eins bekommen! Beruhigend! Freut mich, dass dieses legendäre Pokémon uns auf jeden Fall nicht durch die Lapp gegangen ist! Aber Blutzuck ist gar kein legendäres Pokémon! Das ist keine Ahnung! Hey du, segne es mal ein und alles! Willst du die Stimme meiner Seele lauschen? Wow! Bezaubernd! Hat der gerade die Umlaute gesungen? Okay! Okay, der Mann singt ein wunderschönes Lied! Der hört nicht auf zu singen, oder? Warum habe ich ihn angeklickt? Das war ein großer Fehler! Der Typ! Mach mich fertig! Der Haufen Scheiße singt immer noch! Hey, Kinder! Wollt ihr einen? Ich würde gerne witzern, Birdie! Was steht auf dem Grabstein des Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet! Womit backen Schlümpfe? Gaga? Mehl? Sitzen zwei Bomben im Keller, sagt die eine. Komm, lass hochgehen! Kann ich jetzt gehen? Ich will nicht. Das war fürchterlich. Und Birdie kämpft nicht mal. So ein Fisch macht Steinkanter. So ein Fischer, kein physischer Kämpfer. Was zum Fick. Bitte auf Ravigator, bitte auf Ravigator. Nein! Oh, doch. Gut. Huh. Entschuldigt meine Leichterhütte. Oh mein Gott, Stalu! Entschuldigt meine Leichterhütte Lautstärke gerade. Aber ich wollte nicht, dass das passiert, was gerade fast passiert wäre. Fuck! Oh shit, Metronom. Oh nein. Oh nein! Wollt ihr mich gerade verarschen? Du fucking Mio! Sollte denn der schwach sind? Mega Heap. Ja, nee, der ist nicht so stark. Knischer. Solider Damage, solider Damage. Mega Heap. Ja, ja, ja. Du kannst Mega Heap. Ich hab schon verstanden. Oh, zwei Treffer. Ravigator, du Monster. Du Krokodil, das ich gerne bei meiner Toilette wiederfinden würde. Hey Kinder, wollt ihr einen Witz hören? Ja, Birdie. Ich würde gerne einen Witz hören. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Günther, 52. Hausmeister. Mensch, das ist ja lustig, Birdie. Ah, Moment. Abwasser ist ein Thema, das unbedingt geklärt werden muss. Hä? Hä? Ah, Birdie. Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen. Ja, klassischer Witz, Birdie. Okay, ich habe große Angst. Ich habe große Angst. Stammelbohr müsste eigentlich auch sowas wie Steinhagel beherrschen. Oh, fucking, fucking, fuck. Steher. Nein. Nein. Also, wenn Steinhagel macht, ist Birdie wahrscheinlich tot. Es müsste jetzt theoretisch Steinhagel einsetzen. Ich glaube, wir wechseln den Navigator am besten ein. Das heißt, er sollte jetzt Gesteinsangriff kommen, wenn der Navigator sich problemlos austanken kann. Oh, Bedrohung! Denkt den Angriff um eine Stufe. Perfekt. Okay, fuck. Äh. Okay. Yes! Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Navigator war schneller. Oh, Gott. Wisst ihr, wie knapp wir gerade an dem Untergang vorbeigeschraubt sind? Wisst ihr, wie knapp das war? Fuck. Uh, ein Magbrand. In dem Voltig und Magbrand waren zwei Weltentwicklungen, die ich durchaus leiden konnte. Die in der Fettgeneration dazukamen. Rihonio dagegen. Hallo, ihr stinkende Leute. Ich stinke nicht. Doch. Warte mal. Das ist ein 2 gegen 2 Kampf. Hätte ich ehrlich gesagt gerne. Ja, holen wir die Bodenboys. Oder eher die Hodenboys. Das war ziemlich humorvoll. Ich würde, äh. Das ist, äh. Nimm den Goldstern von mir an dich. Den hast du dir also durchaus verdient für diesen Comedy-Golding-Witz. Gute Arbeit. Das sollte ziemlich solider Damage sein, nachdem es doppelt effektiv ist. Oh, wundervoll. Aber Arctus ist auch ein furchtbeinsitziges Pokémon, wie ich mitbekommen habe. Ich dachte immer, Arctus wäre relativ stark. Aber ich meine, dass es eigentlich wirklich, wirklich scheiße ist. Oh, ich mag Arctus. Ja, und ich mochte es, als du den Mund gehalten hast. Also, pssst. Okay. Stirb. Das ist enormer Damage. Verdammte Scheiße. Wie miserabel ist die Spezialverteidigung von Arctus? Ich meine, das war nicht sehr effektiv. Und Birdie ist jetzt auch nicht unbedingt das Buchmann, das für seinen enormen Spezialangriff bekannt ist. Aber, fuck. Das war fast die Hälfte der KP weg. Uh, 69 KP. Das ist eine ziemlich interessante Zahl, die unter der Tag liegst, Birdie. Hey, Kinder. 69. 60. Na, Birdie. Klassischer Witz. Klassischer Witz. Sehr humorvoll. Weiß ich zu schätzen. Ich auch. Kann ich jetzt gehen? Nein, Birdie. Oh. Ich bin nur eine Meerjungfrau, die in der Brandung badet. Oh, es erinnert mich an den Spitznamen Erinnerlterin aus der Kanto-Region. Die Burschikose Meerjungfrau. Entschuldigt mich, ich muss mal kurz. Burschikose. Hörbeispiele möchte ich bitte hören. Burschikose. 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 Insbesondere von weiblichen Personen im Verhalten unter den Äußerungen demonstrativ und jungenhaft lässig und verkrampft. Ha. Und insbesondere von jemandem in der Resenweise wird es eher frei formuliert und salopp verwendet. Dritte Bedeutung. Studentisch flott. Burschikose. Oh, österreichisch. Burschikose. Burschikose. Ich verstehe. Und er sagt, er hat mir gesagt, man lernt nichts bei meinen Videos. Er lügt mich nicht an. Töv Töv reißt euch die Zeit. Ein Spiel, in dem Töv Töv nach den Hausaufgaben sucht. Und zwar gibt es da so einen König, der ist ein Autor aus der Vergangenheit und der erzählt fantastische Witze. Wisst ihr was? Er erzählt so fantastische Witze, dass ich sie euch nicht vorenthalten kann. Ähm, Moment. Also, äh, paar gute Witze. Hören wir mal rein. Eins ist einsam, zwei sind ein paar, drei eine Skatrunde. Und was sind vier und fünf? Ich hab keine Ahnung. Vier und fünf sind neun. Ich hab keine Ahnung. Welchen Bogen kann man nicht spannen? Ich habe keine Ahnung, Majestät. Den Regenbogen. Oh, Scheiße. Ich bring dich um. Wie nennt man Eingegraben? Auf jeden Fall möchte ich damit sagen, äh, das Comedy Gold ist, äh, immer da, wo ihr es am wenigsten erwartet. Manchmal kann es genau da sein. Gebt eure Träume nicht auf. Auch ihr könnt, äh, vermutlich lustig sein. In irgendeiner Hinsicht da wahrscheinlich nicht. Du gibst Windeterm, oder? Ah. Wechsel dich Nein, ich wechsle mich nicht Wechsel dich Item wird im Windesteil mit dem Ziel getauscht Na Cool Den Angriff werde ich bestimmt verwenden Oh, ein Fugano Ein kleiner Wuff Wuff Den auf Scheiße nehme ich mit Wir nennen dich einfach Ich nenne dich Guter Name Fugano Okay Reden wir nie wieder darüber So, ich glaube wir sind hier gut unterwegs Generell habe ich hier ein gutes Gefühl Die Sonne scheint, wir sind auf dem Wasser unterwegs Es sind ein paar nette Schwimmer unterwegs Schau dich hier mit so einer Badekappe an Er sieht absurd aus Es wurde ein voller Tag in der Welt der Pokémon Was soll da schief gehen? Okay, Buddy Ich will sagen, es gibt nichts, was Deinen Abschied noch besser Treffen könnte, als Wenn du uns noch einen letzten Witz erzählst Hey Kinder Der Witz trägt den Titel Minecraft Geht Mini in die Höhle Sagt er Ah, Spinne Ah, Tod Ripp Hey Kinder Herr Müller ruft seine Frau an Herr Müller ruft seine Frau an Du Tito Unser Wellenzittich hat gerade Benzin gesüffelt Und ist abgestürzt Sie und Tod Nein, kein Sprit Du fucking beschissen Fucking schlechte Witze.com Ich wollte einen Witz Der Der entferntes lesbar ist Oder Sinn ergibt Warum können die Leute die Seite besucht Nicht schreiben Warum kennen sie keine Witze Da unten ist einer Der Der betrifft Kacke Ich will damit sagen Ich bin kein Fan von der Seite Die Seite hat mich nicht begeistert Versuchen wir es mit dem Klassiker Hey Kinder Treffen sich zwei Jäger im Wald Beide tot Wir sehen uns Birdie Wir sehen uns eines der Heiß bestimmt wieder Hoffe ich So aussieht es Screbo-Takt Zeit Ausieht es Screbo-Takt Zeit Wir brauchen allein schon Pokémon Der Surfer beherrscht Heute ist ein guter Tag Ich spüre es Die Sonne scheint Wir sind am Strand Was soll heute schon schief gehen Ich wundere mich Ich wundere mich Machen wir uns nichts vor Crebo-Takt Ich hasse dich Oh, da wollen wir rauswechseln Starabdokern Nahkampf Starabdokern Nahkampf Das gefällt mir nicht Ja, shit Warte Ich glaube ich Helfe auch auf Mondpfiff Gegen Mondpfiff Ist Nahkampf nur neutral Und alle anderen Haben so ziemlich Eine Kampfschwäche Beziehungsweise Steini hat eine Flugschwäche Ja, gehen wir auf Mondpfiff Ich denke da sollte Das geringste Risiko sein Ähm Oh, das war Weniger als die Hälfte Okay Versuchen wir es Hör auf Darkampf zu machen Natürlich ist es Ein Volltreffer Hallo Er scheint zu schlafen Im Stehen Mann Gut, dass ihr euch nicht Die Arbeit gemacht habt Den Sprite Irgendwie zur Seite Zu drehen Oder so Damit er Damit es aussehen würde Als ob er wirklich Schlafen würde Nein, er steht Weiter rum Nur nicht so viel Sprite Arbeit An den Tag legen Bei den Pokémon Spielen Das ist sehr, sehr wichtig Ne, die Talis Macht einfach gar nichts Das heißt Die Plasma Löwen Sind zum Scheitern Verurteilt Ah Er kann einfach Nichts machen Ach du Ich Ich Hab das Gefühl Ich hab irgendwas Nicht zu 100% Mitbekommen Wäre das Möglich Ich Habe Das Gefühl Es ist Irgendwas Passiert Was ich Nicht wusste Dass es Passieren Kann Wovor ich Nicht Wurste Passieren Kann Hat Smogbog Abgangsbund eingesetzt? Oh, ich habe nicht richtig aufgepasst. Aber gut. Das war soweit. Lavara. Wir setzen also den Trend, alle Pokémon, die wir so haben, zu verlieren, fort. Cool. Cool, cool. Ich wollte Bummels ins Team nehmen. Fugano? Willkommen im Team, mein guter. Willkommen im Team. Hi, willkommen zurück. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe Fugano und Schwabli hochtrainiert. Oh mein Gott, hat die Scheiße lang gedauert. Ich habe keine Ahnung, wie lange sich das jetzt gezogen hat. Ey, ich finde es langsam leid, neue Pokémon hochzutrainieren. Und Rambo, auch einer der coolsten Pokémon-Käfer, wie ich finde. Oder Käfer-Pokémon, besser gesagt. Ich wünsche dir, ich wäre ein Pokémon-Käfer. Immer schön weiter den Eisenschädel, Eisenschädel, mein guter. Immer schön den... Oh, das gefällt mir richtig gut. Wisst ihr? Nein, stimmt. Ich darf es nicht sagen. Lob für Pokémon heben wir uns auf, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Wenn wir in der... Ach du Scheiße. Oh. Ja, wahrscheinlich danke an... Ich habe den Namen nicht gelesen. Und viel, viel Dank für dieses Absprimtschen, glaube ich. Ja! Sehr schön. Ein Porygon-Z. Oh, das hat irgendwas Verrücktes in seinen Augen. Ich glaube, wir machen einfach mal Ampelleuchte. Ich weiß gar nicht, was Porygon-Z wirklich kann. Ich weiß aber nur, dass man hauptsächlich eher Porygon 2 mit Evolid verwenden will. Viel lieber als Porygon-Z. Gott, Evolid ist so ein fantastisches Item. Ich glaube, Evolid ist eins meiner Lieblings-Pokémon-Items. Ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke. Oh, nein! Okay, wir müssen das Finstrio besiegen. Ich bin gespannt, was ihr alles auf Lager habt. Flammenblitz würde es one-hippen. Bin ich mir relativ sicher. Nur das Problem ist... Ich würde wahrscheinlich durch den Rückstoß sterben. Jetzt erwähnt, und wir hoffen, dass es verbrennt. Wir haben eine 30-prozentige Chance. Oh Gott! Jetzt gefällt mir nicht. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Nein, wir bleiben bei Hitzewelle. Ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt auch einfach Flammenblitz einsetzen, aber zu riskant. Nein, wir gehen lieber auf Nummer sicher. viel Schaden nehmen wir. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Solide ausgegangen. Halbwegs. Ja, 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 ja. Ich wollte gegen dich kämpfen, mein Guter. Das ist nichts Persönliches. Das ist okay. Ich finde dich persönlich auch nicht so gut. Das ist für mich auch nichts Persönliches. Oh, er hat Normal-Pokémon. Erstmal schüchtern wir ihn ein. Und dann würde ich sagen, es kann, glaube ich, auch Nahkampf. Das ist problematisch. Gehen wir einfach auf Stadu und hoffen, dass Stadu alles, was Arceus ihm entgegenwerfen kann, austanken kann. Er hat Anziehung. Okay. Ich meine, sein Angriff ist um eine Stufe gesenkt worden. Das sollte uns ungemein weiterhelfen. Eis und Schäde. Er trifft jetzt einen speziellen Angriff. Er trifft jetzt einen speziellen Angriff! Nein! Oh Gott! Die ist beschissen. Der Arceus ist ver... Oh, ich... Oh, nicht Stadu! Okay, du dreckiges Arceus. Mach jetzt bitte irgendeinen dummen Angriff für Erdbeerziehung oder so, damit ich genug Zeit habe, um dich anzugreifen. Skatpuff Level 49. Das ist ein scheißgefährliches Pokémon. Mein Gott! Nein! Heute ist wieder einer dieser Tage. Gabigator. Segen ist ein Angriff noch um eine weitere Stufe und dann... Knäscher. Okay, Scheinwelle ist gegen Navigator nicht so stark. Ey, die Erdanziehung hat aufgehört. Die Erdanziehung ist wieder da. Oh, fuck. Das Beste ist aus der Situation hier gerade. Wir kommen ja nicht raus. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, auch jetzt, wenn... Natürlich lebt es noch. Oh, Gott. Das ist immer der Punkt, der Pokémon-Nazel-Challenge, das irgendwie immer ziemlich nervig werden lässt, wenn immer die Pokémon einfach nur durch irgendwelche random Volltreffer sterben. Das hätte nicht passieren sollen. Das hätte definitiv nicht passieren sollen. Ich habe wieder mein halbes Team verloren. Es ist doch... Es ist doch lächerlich. Hey, Kinder. Ich bin ein Geist. Hey, Birdie. Hey, Kinder. Wollt ihr einen Witz hören? Wie nennt man einen Vogel, der geröstet wurde? Birdie. Das war ziemlich deprimierend. So, ein Pokémon, welches mir immer und immer und immer wieder empfohlen wollte, dass ich es reinpacken soll, ist der gute Babyboy. Vor allem, weil Babyboy scheinbar ein gutes Wesen hat. Das heißt, der gute Babyboy, wir haben uns lange dagegen gewehrt, aber willkommen im Team. Das ist das Team, mit dem wir auf die Siegestraße und dann eventuell zu den Top 4 übergehen, okay? Vermicula will ich die Chance geben, allein, weil ich es inzwischen für ein relativ interessantes Pokémon halte. Schaut euch den enormen Damage an und die geringe Verteidigung und die geringe Initiative. Das Problem ist, wenn Grokkoli, welches Pokémon ist, sie wird nie als erstes angreifen und wenn ein Angriff von einem Gegner sie trifft, wird sie ziemlich down sein. Das heißt, das würde mein Herz nicht verkraften. Jan Blutzuck ist ein Haufen Scheiße. Ich würde sagen, Skogro. Ich meine, wir haben zwar schon Boden-Pokémon, aber damit hätte ich endlich wieder ein Flug-Pokémon auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Ich schaue euch den Movepool an. Das ist wirklich, wirklich gut. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich habe mich für mein Team so heute entschieden, mit welchem wir dann die Siegesstraße antreten werden. Da haben wir einen Ampharos. Aber jetzt können wir Dreschpflege machen, so geschwächt, wie ich inzwischen schon bin. Ladungsstoß, wie viel Schaden macht der? Limmelmon, Dreschpflege! Der sollte ziemlich, ziemlich stark sein jetzt. Und... Nein! Oh nein! Oh nein! Kennt ihr das, wenn ihr zu übermütig werdet? Warum hat der Dreschpflege nicht mal getötet? Das war ein beschisses Ampharos. Warum konntest du mit dem Dreschpflege nicht mal das Ampharos killen? Was soll das denn, Schwabli? Jetzt habe ich wieder Pokémon weniger. Okay, Nido King. Level 52. Damit sollte ich fertig werden, wenn mich nicht alles täuscht. Mach mal eine Hitzewelle. Hitzewelle! Ich sollte... Oh nein, das ist ein Bodentyp. Es kann eh keinen Bodenangriff. Oh, das ist... Ja, okay. Erdkräfte. Es kann doch einen Bodenangriff. Einen speziellen Bodenangriff. Den speziellen Bodenangriff! Was für den F**k war das gerade? Warum hat der Eidkräfte so viel Schaden gemacht? Wir haben Nido King besiegt. Gute Arbeit. Danke. 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 Okay. Versuchen wir es. Versuchen wir, die Siegstraße zu betreten und sehen einfach, was passiert. Oh, das ist ein Ast-Trainer. Das gefällt mir jetzt schon nicht. zuerst. Bevor wir was anderes machen, können wir aber... Oh mein Gott! Yes! Oh, so gut! Yes! Und wir haben es gefangen. Das ging aber wartet schnell. Wunderschön. Oh, seht ihr den, Lümmel? Das ist so ein gutes Pokémon. Oh Gott, bin ich aufgeheilt! Ähm, was mache ich denn jetzt am besten? Vokano. Vokano, 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 Vokano. Du sollst das auch hinbekommen, oder? Was mir nur Angst macht, ist, wenn es jetzt auf einmal anfängt, irgendeinen starken physischen Angriff einzusetzen. Das wäre nicht optimal. Okay, Item-Sperre. Item-Sperre ist ein... ist ein Arschloch-Move. Bis da langsamer ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Flammenblitz mache, solltest du ziemlich geschmeidig sterben. Und ich sollte auf jeden Fall noch genug KP... Oh nein. Oh, jetzt auch. Okay. Okay, ich sollte auch, äh... Oh, komm schon. So aussieht, haben wir Vokano verloren. So aussieht, haben wir Vokano verloren. Schwer tanzen. Wir müssen ab jetzt uns angewöhnen, noch vorsichtiger zu sein, als es bis gerade eben noch der Fall war. Zum Beispiel, jetzt bin ich verwirrt, jetzt sollte ich eigentlich mein Pokémon auswechseln. Aber weil es ein Zubi-Riss ist, will ich mal nicht so sein. Das ist Fehler Nummer eins. Was vielleicht ist, machst du Schmarotze und ich bin tot. Naja, fast. Pushy-Kuss. Die Gegner sind alle so nervig. Und kacke. Friss die Kreuzschere und stirb daran. Bitte. Mein Gott. Das beschiss ist Zubi-Riss. Danke. Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, was da vorne auf uns wartet? Oh Gott. Die Pokémon-Liga. Wir sind dort im Ort angekommen, Leute. Hier, wo sich alles entscheiden wird, ob wir letztendlich noch in der Lage sein werden, diese Nasog-Change zu gewinnen oder ob wir im Endeffekt verlieren werden. Wir werden stärkste Trainer von allen. Fangen wir an. Na gut. Anissa gegen M.O.P. Männlich. Ja! Was ist das? Oh, sie hat nur vier Pokémon. Sehr schön. Oh, fuck. Okay. 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 Was habe ich erwartet? Was habe ich anderes erwartet? So. Zweimal Schwertkanz eingesetzt. Natürlich ist das genug. Okay. Die Allgäste besiegt. Das war geil auf Level 56. Palkia. Oh nein. Oh, sie überlassen auch nichts im Zufall. Sie machen direkt ernst. Ich hasse alles. Ich hasse alles an dieser... Ich hasse... Nein! Dieser Schritt. Nein! Das ist überhaupt nicht gut. Volltreffer. Oh, und da kommt sie. Komm schon, Scorpio. Scorpio. Ja, nicht weit überraschend. Okay. Kreuzschere. Oh hey, wir haben Palkia besiegt. Das ist ja schön. Ja, wisst ihr, ab irgendeinem Punkt... Ist halt auch... Irgendwann ist halt auch genug. Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt gerade erreicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Also... Was soll ich machen? Das schicksal ist nicht gut mit mir gemeint. Nahkampf. Oh, das kann sein Kopfstoß. War sehr schön. Zurückgeschreckt. Nicht weiter überraschend. Nicht weiter überraschend. Okay. Gut. Damit sollten wir soweit verloren haben. Man könnte sagen, wir haben jetzt die komplette Nasok-Challenge verloren. Haben wir an der Stelle auch. Ich würde nicht zwangsweise sagen, dass es soweit zu 100% meine Schuld war. Aber weil ich mich weigere, das einzusehen, wir werden die Top 4 jetzt trotzdem machen. Ist mir doch so egal. Jetzt sind so oder so nicht alles abgeschlossen. Wer werden die jetzt machen? Und ich verlange eine Revanche. Was ist so ein Schwachsinn? Ich werde das nun nicht einsehen. Auch wenn es einen faden Beigeschmack hat. Mir egal. Ich möchte... Ich möchte mit meinem Team das Ganze regulär wenigstens versuchen können. Ohne dass die beiden Pokémon, die was ausrichten können, gewonnen hittet werden. Aus irgendwelchen Gründen. Schwachsinn. Schon ganze Tränen an sich ist Schwachsinn mit sämtlichen Legende an Drachen-Pokémon. Aber okay. Aber okay. Versuchen wir das Ganze nochmal. 2000 Jahre später. Und damit wäre der Champ offiziell besiegt. Wir haben ein Zeug gelegt. Am Ende haben wir doch verloren. So ging es mir auch. Ich denke, das passt meine Erfahrung mit dieser Nasroth-Challenge sehr gut zusammen. Ich habe mich ins Zeug gelegt, aber am Ende doch noch verloren. Die eine Region hat einen neuen Champ. Sein Name ist MOP Männlich. Auch wenn er streng genommen und gescheitert ist. Das war die Pokémon-Schwach 2-Randomizer-Nasroth-Challenge. probable nicht mehr, aber noch eine Serie von nước. Wir halten. Komm Bis zum nächsten Mal.